Ja, ich grüße euch. Das ist halt meine Strecke. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Strecke ist einfach sehr, sehr herrlich. Also da geradeaus geht es jetzt nach Bernhardsthal bzw. Brezlau. Und wir biegen ab. Und somit wünsche ich euch einen schönen und angenehmen Sonntag. Ich sage danke und verabschiede mich.